Wenn man ganz ehrlich ist, ab dem 14, 15 Lebensjahr, wenn die im NLZ sind, ist alles durchgeplant und alles strukturiert und die kriegen eigentlich so vom normalen Leben gar nichts mit. Wir machen immer Späße darüber, wie wir früher mal eine Frau kennenlernen mussten und die, die machen auf Instagram irgendwas und dann sind die zusammen, ohne... Ja, weißt du, was ich meine? Du standst viermal vor der Perle in der Disco mit klugen Sätzen und auch hier oder so. Ich meine, ich sehe Bela lachend, da war es genauso, ist ja klar.